Hallo. Ja, ich werde in letzter Zeit immer öfter nochmal wieder angesprochen, ob ich einfach nochmal das Thema vegan erklären könnte. Man denkt ja eigentlich, vegan, das ist mittlerweile schon sowas von Mainstream oder jeder weiß einfach, was es ist oder hat eine Meinung dazu. Deshalb erkläre ich nochmal ganz kurz einfach, was ich so zu vegan zu erzählen habe. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil davon, ich kann eine Stunde darüber erzählen. Veganismus oder vegan bedeutet erstmal keine tierischen Produkte. Also kein Fisch, kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Eier, keine Wolle, kein Leder, keine Seide, kein Honig. Natürlich auch keine Medikamente oder Kosmetik aus Tierversuchen. Dann ist man schon mal eigentlich mit vegan recht gut auf der guten Seite. Es gibt noch viele andere Ideen, die Leute dazu haben, aber das ist jetzt erstmal so meine Definition von vegan. Und dann wird auch immer gefragt, was für Mangelerscheinungen sind denn da zu erwarten? Leute, da sind überhaupt keine Mangelerscheinungen zu erwarten. Was ihr zu euch nehmen solltet, das solltet ihr aber auch als Fleischesser tun, das ist ein generelles Problem, das ist B12. Manche Leute haben auch Eisenmangel, da kann man auch noch Eisentabletten irgendwie dazu nehmen. Bei mir war es aber zum Beispiel so, ich hatte früher ganz eklatanten Eisenmangel und da habe ich alles gegessen. Ich habe Fleisch gegessen, ich habe Fisch gegessen, ich habe Fleisch sogar roh gegessen. Und trotzdem hatte ich ganz, ganz schlechte Eisenwerte und seitdem ich mich vegan ernähre, sind meine Eisenwerte gut. Also hat das mit Fleisch essen oder nicht nicht unbedingt was zu tun. Alle anderen Sachen wie irgendwie Calcium oder Eiweiß oder Vitamin D und all diese Sachen, das ist wirklich einfach nur von der Gesellschaft sich ausgedachte Sachen, was man angeblich in welchen Mengen braucht. Und dass das nur in tierischen Produkten ist, das ist einfach totaler Unfug. Es gibt wirklich im Internet jede Menge Quellen, wo drin steht, was ihr essen könnt, wenn ihr irgendwie Calcium braucht, Eisen braucht oder irgendwelche anderen Stoffe braucht. Wenn ihr zum Beispiel Hülsenfrüchte esst, seid ihr schon insgesamt gut davor, da ist Eiweiß drin, da sind auch alle möglichen anderen Sachen drin, die ihr braucht. Wenn ihr viel Brokkoli esst, wenn ihr generell Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Getreide und das alles in großer Variation irgendwie esst, dann seid ihr sowas von auf der richtigen Seite, weil es gibt auf der Welt so viel mehr Obst- und Gemüsesorten, als es Tiersorten gibt. Wie viele Fleischsorten werden denn gegessen? Bei uns jedenfalls. Rind, Schwein, Huhn, Lamm und noch ein bisschen Fisch. Das sind dann irgendwie vier, fünf Tiere, die gegessen werden, es gibt aber tausende von Gemüsesorten. Und da will mir dann jemand erzählen, dass diese paar Fleischsorten gesünder sind als alles Obst und Gemüse dieser Welt? Das ist doch Quatsch. Genau. Und ihr tut nicht nur was Gutes für euch und für eure Gesundheit, weil zum Beispiel viele Krankheiten sind wirklich ernährungsassoziiert. Was ihr zum Beispiel esst, hoher Blutdruck, Diabetes 2, alle Herz- und Kreislauf-Erkrankungen eigentlich insgesamt, Übergewicht, Gicht, auch Arthrose. Viele, viele Sachen sind wirklich assoziiert mit Ernährung. Wenn ihr euch richtig ernährt, dann könnt ihr viele von diesen Krankheiten entweder gar nicht erst bekommen oder wirklich im Zaum halten. Auch zum Beispiel Krebs. Wodurch wachsen Tumorzellen? Tumorzellen wachsen vor allem auch gern durch Caseine. Caseine sind in Milchprodukten, vor allem in Käse. Wer das interessiert, der guckt einfach sich die China Study von Dr. Colin Campbell nochmal an. Da kann man wirklich alles ganz genau nachlesen. Das ist wirklich sehr wissenschaftlich geschrieben und über Jahrzehnte auch recherchiert mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen in China. Da könnt ihr wirklich gucken, was könnt ihr alles verhindern, welche Krankheiten könnt ihr verhindern, wie könnt ihr das machen und wie funktioniert das alles. Wer sich auch dafür interessiert, wie überhaupt Studien gemacht werden und wie auch in dieser Welt betrogen wird und was einem alles eingeredet wird, was nicht stimmt, kann auch das Buch Interessen von Dr. Colin Campbell nochmal lesen. Da steht das auch nochmal ganz toll erklärt. Und wie gesagt, ihr könnt nicht nur für euch Gutes tun, ihr könnt für die Umwelt Gutes tun, denn zum Beispiel Regenwaldabholzung, ja warum wird der Regenwald abgeholzt? Unter anderem deshalb, damit der Sojaboden für die Massentierhaltung angepflanzt werden. 90% der weltweiten Sojaernte und 50% der weltweiten Weizenernte landet nämlich in der Massentierhaltung. Da habt ihr schon mal Schönes getan. Ihr könnt Wasser sparen, weil zum Beispiel Fleischproduktion, ein Kilo Rindfleisch braucht 15.500 Liter Wasser. Ein Kilo Reis, Getreide oder Obst, Gemüse, 1.500, lass es 2.500 sein bei manchen Gemüsesorten. Da seid ihr auch schon mal gut auf der richtigen Seite und habt schon mal was Tolles getan. Ressourcenverschwendung, was alles an Land einfach verbraucht wird dadurch, dass Produkte angebaut werden, die an Tiere verfüttert werden. Um eine Fleischkalorie herzustellen, braucht man bis zu neun Getreidekalorien, die jetzt erstmal durch das Tier durch müssen und die einfach verschwendet sind in Wärme und in Gülle. Gülle ist ja auch ein weiteres Thema. Jedes Jahr sind Millionen von Tonnen Gülle, die anfallen in Deutschland. Die werden auf die Felder gekippt. Lecker, ne? Also von wegen, nicht jedes Gemüse ist in dem Sinne eigentlich vegan, wenn das mit Gülle gedüngt wird. Aber auch die Nitrate gehen in die Grundwasserreihen. Wir verseuchen uns damit nach und nach unsere Böden und uns selber. Das ist ein weiterer Punkt. Also ihr tut was für euch, ihr tut was für eure Gesundheit. Ihr tut natürlich was für die Tiere, das ist eh klar, da braucht man gar nicht drüber reden, über die unfassbare Tierquälerei, die in der Massentierhaltung stattfindet. Keiner kann sich in seinen schlimmsten Träumen vorstellen, was dort passiert. Es gibt Videos darüber, wenn ihr wirklich es so nicht glaubt, guckt es euch einfach an. Das ist nicht einfach, die Tiere leben da gemütlich und dann irgendwann kriegen sie einen Schuss an den Kopf und werden aufgegessen. So ist es nicht. Selbst das wäre schlimm, aber so ist es noch nicht mal. Also Umwelt, eure Gesundheit, die Tiere, Ressourcenverschwendung, Wasserverschwendung. Also wenn euch das als Argumente noch nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, denkt drüber nach, go vegan.